Blub, 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 blub. Schau mal da! Ein Korallenriff! Ja, leck mich an! Ihr schwebt! Charlie, wir tauchen, Charlie! Wir erforschen die Tiefen des Blauen Ozeans! Oh nein! Hier kommt ein Schwarm giftiger Kugelfische! Nein! Kugelfisch! Ja, auf die müsst ihr höllisch aufpassen. Also... Aber darf ich auf Fernsehen. Der Strudel ist geöffnet! Oh Gott, okay, was ist das? Charlie, wir werden hineingezogen! Schwimm weg, Kugelfisch! Schwimm weg! Kommt schon, Leute! Ihr macht mir Angst! Stellt dieses Ding ab! Den Strudel kann man nicht aufhalten, Charlie! Kugelfisch! Jungs! Jungs! Oder Mädels! Ich bin mir wirklich nicht sicher, was ihr beiden seid! Charlie! Charlie! Ich habe das Amulett! Was für ein Amulett? Was ist hier los? Das Amulett, Charlie! Das magische Amulett! Glitzer, glitzer, einfach glitzer! Ich verstehe nicht, von was ihr beiden da redet! Das Amulett! Wir haben es geschafft! Wir haben das Amulett! Schön! Und jetzt geht weg! Ich mag diese bösen Sachen nicht, die passieren, wenn ihr in der Nähe seid! Nein, Charlie! Nein! Wir müssen das Amulett sofort zum Banankönig bringen! Na klar, der Banankönig, natürlich! Das könnt ihr knicken! Erzählt auf uns, Charlie! Wenn Sie das Amulett nicht zum Banankönig bringen, dann wird sich der Strudel erst nur noch tausend Jahre Dunkelheit während über uns hereinbrechen! Nein! Dunkelheit! Ah! Okay! Schon gut! Ich gehe! Ich gehe! Yay! Dunkelheit! Was macht ihr beiden da? Hört auf! Wow! Schaut mal da! Z! El hombre con el sombrero nos envio! Él nos conta muchas historias asombrosas! Was? Tenemos el Tortugas esta noche! Seven buenos, ellos sí! Was habt ihr beiden getan? Soy Felix! Einfach weiterlaufen, Charlie! Einfach weiter! Los! Steig in den Zug, Charlie! Er bringt uns zum Banankönig! Ich sehe keinen Zug! Alles, was ich sehe, ist ein großer Turnschuh! Das ist der Chuchu-Schuh, Charlie! Der Chuchu-Schuh! Beeil' dich, Charlie! Er fährt gleich los! Chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chug-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-ch Meansil! Ja, Charlie! Der Tempel des Banonenkönigs! Klasse! Lassen wir das Amulett hier und gehen nach Hause. Wer ist das? Ich mein's ernst. Ihr seht es auch, oder? Ich bin ehrlich. Ich bekomm grad Megaschiss. Sag doch mal einer was. Charlie, du siehst traurig aus. Deine Kullerauben stammen gerade aus. Die Welt ist viel schöner, als du denkst. Charlie, ist dein Leben schlecht? Du bist depressiv, alles ungerecht. Ich hab einen Plan, der dir nun hilft. Hör mir nun gut zu. Du steckst ne Banane in dein Ohr. Ne Banane in mein Ohr? Ne reife, feine, kleine in dein Lieblingsohr hinein. Es ist wahr. Sag wer? So wahr. Wenn sie steckt, wird alles wieder gut. Du hörst nix mehr, kriegst neuen Mut. Wenn in dem Ohr die Banane ruft, geht's los. Steck ne Banane in dein Ohr. Steck ne Banane in dein Ohr. Was ist das für'n Bananenkopf? Du wirst niemals glücklich so. Probier's mal mit Humor. Es ist wahr. Sagst du? So wahr. Wenn sie steckt, ist der Himmel hell und klar. Wo jeden Tag in jedem Jahr die Sonne strahlt nun erneut hervor. Nun geh und steck ne Banane in dein Ohr. Natürlich, es geht in Flammen auf. Los, los, magisches Ammonett. Kehre zum Bananenkönig zurück. Charlie, du bist der Bananenkönig. Was? Hey, 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 warte mal einen Moment. Du bist der Bananenkönig, Charlie. Nein, bin ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Long live der Bananenkönig. Ich bin nicht der Bananenkönig. Du bist der Bananenkönig. Nein, nein, ich, ich. Ich, ich bin der Bananenkönig. Du bist der Bananenkönig. Ich bin der Bananenkönig, ja. Hey, wo seid ihr hin? Leute? Hallo? Lasst mich runter! Okay, das tat weh. Hallo? Hallo? Leute, wo seid ihr? Oh, das ist doch... Klasse, die haben mich ausgeraubt! Johnny! Was, was willst du? Oh, ho! Oh, ho! Oh, ho! Oh, ho! Oh, ho! Oh, ho!